Ich sage den Menschen mit dem hohen Blutdruck, der zu mir kommt, das tönt jetzt ein bisschen provokativ. Gratuliere lieber Patient, dass ihr Körper ihnen noch einen hohen Blutdruck vermittelt und bereitet. Weil da ist etwas, was ihnen sagt, die Niere produziert dann Renin, der Blutdruck geht hoch, das lässt sich alles hormonell erklären, dass eine verbesserte Mikrozirkulation gewährleistet werden muss. Sie haben, weiss ich, in der Niere, in der Nebenniere, im Hirn, haben sie nicht genügend Mikrozirkulation. Was macht der Körper? Ja, da müssen wir den Druck steigern.